Wir von P&L sind unabhängige Logistikplaner und Berater, das heißt Experten im Bereich der Intralogistik. Und um unsere Kunden hier auch weiterhin unterstützen zu können, suchen wir Verstärkung an unseren Standorten in Düsseldorf, Karlsruhe und München. Ein Logistikstudium ist auf jeden Fall von Vorteil. Ja, wir haben so ein, zwei alte Hasen, mit denen man dann am Anfang mitläuft. Die nehmen einen dann mit zum ersten Mal zum Kunden. Meistens fangen wir an mit einer Datenauswertung erstmal. Also wir bekommen Bewegungsdaten, auch statische Daten. Die werten wir aus und dann starten wir mit der Konzeptplanung. Sollte gut bezahlen können auf jeden Fall. Dann natürlich auch AutoCAD für die Zeichnungen. Word, Excel, PowerPoint. Weiterbildung gibt es in jeglicher Hinsicht. Dann Gleitzeit. Also wir haben jedes Jahr ein Sommerfest. Da haben wir letztes Jahr eine Schnapsbrunnenwanderung gemacht. Schnapsbrunnenwanderung. Ja. Doom Office ist möglich. Man entscheidet eigentlich selbst, wie der Tag gestaltet wird. Dass man hier ein sehr familiäres Arbeitsumfeld hat. Wenn du also Lust darauf hast, Logistik selbst zu gestalten, dann melde dich und starte bei uns als Juniorplaner-Dool. Da sind Ethiopaten. Hallo. ündcibe. Und optional. draußen.